Musik Willst du dein musikalisches Hören trainieren oder andere in der Ausbildung ihrer Hörfähigkeiten unterstützen? Die OMA bietet dir dafür eine große Sammlung an Übungen und Tools. Und das frei und kostenlos zugänglich. Übe mit Gehörbildungstutorials und Videos für jede Schwierigkeitsstufe. Egal ob Musik dein Hobby ist oder deine Profession. Es gibt sogar einen ganzen Elementarkurs, in dem du das Hören und Unterscheiden von Intervallen, Melodien und Rhythmen lernst. Du unterrichtest Gehörbildung? Dann ergänze die Aufgaben und teile deine Übungsmethoden mit anderen. Hör doch mal vorbei! Mit der Open Music Academy erlebst du digitales Lernen neu.